Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Zu unglaublich spannenden Themen, nach dem ersten Impulsvortrag musste ich alles verändern, was ich heute sagen wollte. Nicht ganz. Aber das kriegen wir hin. Doch, nicht gut abgebrochen. Doch, ich glaube, es ergänzt sich sehr gut und wir kriegen es hin. Ich bin Stefanie Aufleger. Seit 20 Jahren bin ich Unternehmerin in Konstanz am Bodensee. Ursprünglich komme ich aus dem Journalismus. Ich habe beim ZDF gerade in der Redaktion Gesundheit und Natur über viele Jahre Filme gemacht, von Kochsendungen über Dokumentationen, über Gesundheitsmagazin Praxis, was es damals noch gab. Und vielleicht ist genau da auch meine große Liebe und mein Forscherdrang gewachsen, zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Beziehungsweise meine Frage, die ich mir seit 20 Jahren stelle, ist, wenn die Natur ein Unternehmen gründen würde, wie würde das aussehen? Und da, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das irgendwie schon umfassend verstanden hätte, vielleicht mal gerade mit der Pfeile einmal so drüber eine kleine Ahnung bekommen, was ich allerdings davon verstanden habe, ist, dass es der Natur nicht um Wachstum geht. Die Natur überlegt sich nicht, was muss ich tun, um zu wachsen, sondern in der Natur geht es vielmehr darum, was muss ich tun oder was muss ich lassen, um meine Stabilität zu bewahren, trotz des Wandels und der Veränderungen um mich herum. Wenn man plötzlich anfängt, das eigene Leben und auch das eigene Business mal unter diesem Aspekt zu beleuchten, dann kommt man auf ganz spannende Aspekte und einige davon möchte ich Ihnen gerne heute so kurz anreißen und vorstellen. Sie alle haben auf Ihrem Platz einen Stift und einen Block. Wir werden heute nicht den ganzen Block brauchen, aber vielleicht das erste Blatt, wenn Sie wollen. Und ich hätte eine kleine Aufgabe für Sie mitgebracht. Diese Aufgabe, die wurde in einem Experiment vor einigen Jahren in zwei unterschiedlichen Gruppen gestellt. Die eine Gruppe waren Kindergartenkinder und die andere Gruppe waren Studenten. Und die Aufgabe war für beide gleich und zwar hieß sie, male ein Viereck mit drei Strichen. Und das wäre jetzt auch die Aufgabe an Sie. Malen Sie mal ein Viereck mit drei Strichen. Und ich untermale das ein bisschen musikalisch. Ich will ja nichts tun werden, wenn Sie malen. Ich muss ja nichts tun werden, Sie sagen. Amen. Also ich schaue jetzt nicht nach, ob Sie schon was gefunden haben, aber ich erhöhe den Druck noch ein bisschen. Von diesen beiden Vergleichsgruppen, Kindergartenkinder und Studenten, haben alle Kindergartenkinder, und es waren 23, hatten die Aufgabe sofort gelöst. Wie viele Studenten haben diese Aufgabe wohl gelöst? Keine. Keine, ganz genau. Wir werden mal schauen, wie nachher hier in der Runde. Also ich lasse noch ein bisschen mit dieser Aufgabe zurück. Ich habe gerade ein Musikstück gespielt, unter anderem auch deshalb, um zu verdeutlichen, was der Unterschied ist zwischen Energie und Materie. Also diese Frage um der Unterschied zwischen Energie und Materie, da bin ich natürlich nicht die Einzige, die sich diese Frage stellt. 1912 kam da schon so eine Formel raus von einem Schwaben, Albert Einstein. Er hat sich die Frage auch schon gestellt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und ich finde, es lohnt sich immer wieder mal, sich darüber Gedanken zu machen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? An vielen Stellen sind wir in diesem energetischen Raum unterwegs und vergessen dabei, dass alles, was Energie ist, gleichzeitig auch zur Materie wird. Denn in unserem Universum gibt es nur zwei verschiedene Teilchen, das Teilchen und die Gegenteilchen. Und die schwirren rum und wenn sie besonders schnell sind und sich somit immer ausweichen und nicht zusammenkleben können, dann nennen wir das Energie. Also schnelle Teilchen sind Energie. Wenn die ein bisschen langsamer werden und plötzlich so zusammenkleben zu so einem Teilchenklumpen, dann nennen wir das Materie. Und sobald die Energie bzw. die Geschwindigkeit wieder steigt, gehen sie wieder weiter auseinander und es ist dann wieder Energie in unserer Wahrnehmung. Aber die Teilchen sind immer dieselben. Und das ist ja das Spannende. Und das wissen wir ja auch zwischenzeitlich, das was wir denken, muss ja dann auch irgendwann mal in der Materie, wenn mal die Geschwindigkeit weg ist, sichtbar werden. Und löst sich dann wieder auf und ist wieder was Neues. Als Energieteilchen immer Raum unterwegs. Und genau das sagt die Formel. Hätte mir das mal mein Lehrer in der siebten Klasse so erklärt, hätte ich vielleicht ein bisschen besser abgeschnitten. Aber diese Formel sagt nichts anderes als alles, was Energie ist, ist genau das gleiche wie Masse in einem Affenzahn. Also die Masse wie ein Stuhl, den ich jetzt mal durchs Universum schleudere in einem Affenzahn. Das heißt diese Lichtgeschwindigkeit im Quadrat löst sich auf. Dann ist von dem Stuhl nicht mehr viel zu sehen. Nehmen wir die Geschwindigkeit raus, nehmen wir es wieder als Masse wahr und bestenfalls können wir uns auch darauf setzen. Aber genau das ist eigentlich so dieser Aspekt. Alles in unserer Welt besteht aus dem selben Teilchen oder aus dem gleichen Teilchen. Und nur die Geschwindigkeit der Bewegung verändert es. Das wäre es als Materie oder als Energie wahrnehmen. Und genau da würde ich jetzt mal gerne nochmal näher auf unser Leben eingehen. Wie beschreiben Biologen, ob etwas lebt? Wann lebt etwas? Und ist, es lebt etwas genau dasselbe wie, es ist etwas lebendig? Also ist Leben und Lebendigkeit, ist das eigentlich das gleiche? Die Biologen beschreiben, wenn etwas lebt, anhand von fünf Merkmalen. Es bewegt sich, es hat Stoffwechsel, es pflanzt sich fort, es ist reizbar und es wächst. Insofern können wir vielleicht durchaus sagen, ja wir alle hier, so wie wir noch sitzen, sind wohl alle noch am Leben. Und genau das gleiche können wir natürlich auch von den Unternehmen sagen. Von den meisten Unternehmen, die wir kennen oder denen wir begegnen. Sie können sich natürlich bewegen, sie sind ja nicht angewachsen wie ein Baum. Sie wachsen, ja sie können größer werden, Mitarbeiter zuwachsen. Sie sind reizbar, wie sieht das aus? Also nicht nur der Chef ist reizbar, sondern die Unternehmen sind reizbar, zum Beispiel über Angebot und Nachfrage. Der Markt ist ein Reiz. Sie haben Stoffwechsel, ja kommt oben was rein, kommt unten was raus. Geld- und Warenfluss ist der Stoffwechsel eines Unternehmens. Und das war das andere jetzt noch, das fünfte. Sie wachsen, sie sind reizbar, haben Stoffwechsel und pflanzen sich fort. Ja, sie können natürlich Untereinheiten, können sie bilden. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese Unternehmen auch lebendig sind. Denn Lebendigkeit ist was ganz anderes. Lebendigkeit ist folgendes. Wenn Eizelle und Samenzelle zusammenkommen, ist es der erste Gründungsimpuls und die erste Lebendigkeit, die wir wahrnehmen. Ich glaube der Prozess, wie das passiert, ist bekannt in diesen Räumen. Und das stelle ich jetzt einfach mal. Es kommen zwei polare Kräfte, begegnen sich und verschmelzen, sodass etwas Drittes Neues entsteht. Mama, Papa gibt Kind nicht 1 plus 1 gleich 2, sondern 1 plus 1 gleich 3. Und überall da, wo wir auf Prozesse begegnen, wo sich Polaritäten nicht gegenseitig ausschließen, sondern so verschmelzen und ergänzen, dass etwas Drittes Neues rauskommt, sprechen wir von Lebendigkeit oder von integrative Lösungen. Da können wir schon mal zwei Dinge feststellen. Lösungen sind es nur dann, wenn wirklich etwas Drittes Neues rauskommt. Und Integration, davon können wir auch nur sprechen, wenn sowohl das eine als auch das andere erhalten bleiben und sich darüber hinaus eine dritte neue Gestalt sichtbar wird. Dann sprechen wir von integrative Lösungen und von Lebendigkeit. Und wenn wir jetzt das mal wieder auf Unternehmen übertragen, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Also welche Unternehmen sind denn tatsächlich lebendig? Und was sind denn diese zwei polaren Kräfte, die wir in Unternehmen wirken haben? Also hier, in diesem Beispiel ist es klar, männlich-weiblich. Aber auch in unserem vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum, wie es so schön heißt, ist es so, dass wir in einer Dualität leben. Wir haben zwei polare Kräfte. Ich mag es mal ganz einfach sagen, es gibt eine Kraft, die kommt von unten, eine Erdkraft, und es gibt eine Kraft, die kommt von oben. Das ist eine geistige oder eine kosmische Kraft. Und auch die haben wir in Unternehmen. Denn es gibt den materiellen Aspekt, was kommt rein, wie viele Produkte haben wir, all diese Punkte, wie viele Mitarbeiter, wie sieht der Standort aus, wie groß ist der Vorbrauch, materielle Dinge. Es gibt aber auch, und hier die Formel zeigt es, mindestens genauso stark den geistigen Aspekt. Mit welcher Motivation gehen die Menschen ans Werk? Was ist der Spirit, der im Unternehmen wirkt? Haben die Menschen Freude dabei, wenn sie arbeiten? Wie kreativ sind diese Prozesse? Und überall da, wo wir in Unternehmen feststellen, dass der eine oder andere Aspekt nicht im Ausgleich ist, merken wir, dass so ein, ja ich würde sogar schon sagen, so ein unternehmensweites Ausbrennen, Burnout, sichtbar wird. Und das kann ich gerade jetzt nur, wenn ich mal meine Berufspraxis anschaue, an vielen Stellen sehr deutlich beobachten. Seit vielen Jahren beraten wir eben Unternehmen, machen Organisationsentwicklungen, geht es um strategische Konzepte in Unternehmen, geht es um Wachstumskonzepte in Unternehmen. Und da beobachte ich zwei Lager. Das eine Lager sind diejenigen, die sehr stark auf diesen materiellen Aspekt achten. Damit am Ende die Kasse stimmt, würden die alles tun, unter anderem auch ihre Mitarbeiter vergessen. Geht nicht gut. Es gibt aber genauso auch den anderen Aspekt, oder das andere Lager. Es gibt nämlich Unternehmen, die würden alles tun, um geistig, um das Geistige zu leben. Um eine Spiritualität im Wirtschaftsleben zu leben. Vergessen dabei aber häufig den materiellen Aspekt. Und das geht auch nicht gut. Damit es wirklich lebendig ist, dass wir wirklich von einer integrativen Lösung sprechen können, brauchen wir beide Aspekte gleichermaßen. Und genau dieser Punkt hier, diese erste Erfahrung, diese Existenzgründung, also unsere eigene Existenzgründung, es ist natürlich bei unserer eigenen Zeugung passiert. Aber diese Stammzeile, die da entstanden ist, von der aus geht alles. Also schauen wir mal zurück. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn plötzlich dieses Dritte entsteht? Hat jemand schon die Aufgabe gelöst? Ja. Ich weiß es nicht. Okay. Nur ein kurzer Zwischenstand. Ich will gar nicht die Lösung wissen. Die schauen wir uns nachher an. Wie war noch mal die Frage? Ich glaube, ich habe es gelöst, aber ich möchte nicht... Ich male ein Viereck mit drei Strichen. Es geht um vier Ecken. Es geht um ein Viereck mit drei Strichen. Vier Ecken. Die erste Erfahrung, unsere erste Stammzelle, war eine integrative Lösung, sonst wären wir nämlich gar nicht hier. Und wenn wir nicht allzu viel verkehrt gemacht haben, dann läuft es immer noch so ab. Zwischenzeitlich ist aus dieser einzelnen Zelle natürlich viel, viel mehr geworden. Nämlich zwischenzeitlich ist erst ein richtiges Herz da rausgebacken. Ein Herz von vorne, schauen wir drauf. Wir haben hier die Herzklappen. Wir haben obere und untere Herzkammer jeweils. Und was passiert jetzt da in diesem Herzen? Übrigens, der Herzschlag war lange vorher da, bevor das physische Herz da war. Auch das ist spannend. Weil aufgrund dieser Pulsation, die bei 1 und 1 gleich 3 ausging, hat sich schon die energetische Bewegung so geformt, dass hier ein materielles Herz sich hat ausbilden können. Bei unserem Herzen sieht es jetzt so aus. Hier oben kommt was rein. Blut rein. Füllt sich hier. Was ist mit der unteren Herzkammer? Die ist leer. Wenn oben Blut drin ist, ist es unten leer. Und jetzt kommen wir zur Sogwirkung. Unser ganzes Leben basiert nur auf Sogwirkung. Wenn hier der Sog groß genug ist, öffnen sich die Taschenklappen nach unten. Und das ist jetzt eine Information, die habe ich vom Professor Carrey vom Inseli in Bern, also in der Klinik Inseli in Bern, der ja jeden Tag so ein paar Herzen aufschneidet und reinguckt. Carrey? Echt? Und der hat gesagt, eine Taschenklappe kann sich gar nicht öffnen aufgrund von Druck, sondern nur, wenn sie nach unten aufgesaugt wird. Das heißt, hier fließt jetzt das Blut runter in die untere Herzkammer, bis es oben leer ist. Was passiert jetzt? Wir alle haben so ein Ding und kaum einer weiß, wie es wirklich tut. Jetzt geht das Blut raus in die Lunge. CO2 geht raus. O2 kommt rein. Und fließt wieder hier in die obere Herzkammer. Weil hier eine Sogwirkung ist, fließt wieder runter. Und geht dann über diesen Aorta-Bogen hier in den ganzen Organismus rein. Und versorgt hier sämtliche Organe. Als ich das kapiert habe, wie so ein Herz funktioniert, war mir plötzlich klar, warum unser Leben so abläuft, wie es abläuft. Wir müssen uns ja gar keine Gedanken darüber machen, was da tut. Das Leben funktioniert ja so oder so. Und wir haben mit einer kleinen Forschungsgruppe, der ich angehöre, haben wir mal Untersuchungen gemacht, inwieweit sind Finanzbewegungen eines Unternehmers vergleichbar mit dem Kardiogramm des Unternehmers. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Unternehmer, die Herzprobleme haben, kann man an deren Wachstumskurve und an deren Geldeingang, Geldausgangskurve, kann man das sehen. Weil es gibt natürlich in diesen Kreisläufen, in diesen Geldkreisläufen, eine Verbindung zu uns selbst. Ja, wer denn sonst? Als der Unternehmer selbst. Es ist doch unser Lebenskraftfeld. Und unsere Arbeitskraft. Und die muss doch natürlich angeschlossen sein, an das Leben an sich. Hier haben wir einen Kreislauf, das heißt, wenn man jetzt sogar noch tiefer geht, das möchte ich jetzt hier mal wagen, dann können wir hier den Walzertakt des Lebens erkennen. Das Leben bewegt sich nämlich im Walzertakt. Und wir bestenfalls auch. Es gibt nämlich hier Bereiche, nämlich hier, wo ich zum Beispiel, wo das Blut rausgeht, wo hier das CO2 auch ausgeatmet wird, ist das, was ich nicht mehr brauche. Nämlich das CO2 ist für andere. Und das, was hier reinkommt, das ist für, das ist Neues. Und das, was hier meine Organe versorgt, mein ganzes Leib versorgt, das ist für mich. Und jetzt kommt die Frage. Was ist jetzt wohl am wichtigsten? Dass ich Energiebewegungen habe, die für mich sind, die für andere sind, oder die für Neues sind. Wo geht wohl die meiste Energie raus? Bitte? Ganz genau. Es muss alles dreistimmen, sonst funktioniert der Kreislauf nicht. Und jetzt kommt die zweite Seite von Ihrem kleinen Blöckle. Vielleicht einfach nur mal als Anregung, aber als Impuls. An welcher Stelle haben Sie diesen Walzertakt des Lebens auf dem Schirm? Wenn Sie Geld investieren, wenn Sie Geld ausgeben, wie viel machen Sie für sich, wie viel machen Sie für Neues, investieren Sie für Neues und wie viel für andere. Wenn wir gesund sind, dann läuft das hier alles so. Wenn wir aber dann zum Beispiel Asthma haben und Angst haben, wir kriegen keine Luft mehr, Sieht man hier sehr viel, was für eine Thematik dahinter steckt. Wenn ich sage, ich gebe nichts für andere aus, um Gottes Willen, ich investiere nichts für andere, ich gebe nichts weiter, was mache ich da? Eigentlich binde ich mir da gerade meinen eigenen Energiefluss ab. Und genau das, was da passiert, was sich nachher materiell zeigt, genau das ist deswegen blockiert, weil Ängste dahinter stehen. Im Vertrauen aufs Leben läuft das alles. Ob wir davon wissen oder nicht, das läuft völlig normal. In dem Moment, wo wir aber Ängste haben und schauen so, soll ich da noch was ausgeben, was ist, wenn nichts mehr reinkommt? Ja, an welcher Stelle wäre das jetzt? Ich hätte hier Angst, dass nichts Neues mehr reinkommt. Und da eröffne ich, als Unternehmer, eine Armutsspirale. Wenn ich jetzt hier diese drei Töpfe habe, für mich, für Neues und für andere, und das ist der Kreislauf, dann geht dieser Kreislauf immer in dieser Reihenfolge. Das haben wir gesehen. Das Herz, da läuft ja das Blut irgendwann mal rückwärts, weil es denkt, ach komm, heute machen wir uns noch ein bisschen anders. Heute laufen wir ein bisschen rückwärts oder heute machen wir mal eine Pause. Macht ja das Herz. Es läuft ja immer fortwährend in derselben Richtung. Das heißt, wenn ich selbst jetzt dran bin und sage, okay, ich habe jetzt Geld, ich will jetzt gucken, jetzt mache ich was für mich, was könnte das denn sein? Vielleicht mache ich mal einen Wellnessurlaub. Vielleicht esse ich was Gutes, genau. Aber es ist nur für mich. Nicht mit der Absicht, oh, was sagt der andere dazu? Oder dann nehme ich dann gerade noch mit zum Essen, weil selber kann ich es mir ja nicht gönnen. Also wo kann man denn da hin? Die kann man halt die ganze Kohle für mich ausgeben. Das überlegt sich das Herz nicht und sagt so, oh ja, jetzt kommt hier was rein, aber die Niere, die lassen wir jetzt. Die hat schon genug gekriegt, das sind sowieso zwei, die lassen wir jetzt. Nee, das wird immer gleichermaßen versorgt. Und an der Stelle, in diese Richtung nennen wir das Wachstum. Wenn wir aber plötzlich zögern, Geld auszugeben, das heißt, diesen Fluss zu unterbrechen, was machen wir dann? Dann schauen wir nicht, was kann ich denn jetzt Neues tun? Oder was kann ich denn jetzt für andere tun? Also der Aspekt, ich muss es raushauen, die Kohle, weil ich weiß, die kommt sowieso hinten wieder rein. Aber wenn ich jetzt festhalte, dann habe ich Stillstand. Und dann gucke ich nach hinten und sage, jetzt gucken wir mal, ob da wirklich noch was rein kommt. Was ist, wenn da nichts kommt? Was ist, wenn der Kunde nicht bezahlt? Machen wir mal lieber langsam. Und in dem Moment merke ich es an meiner Lebenskraft. Weil es diesen Zusammenhang vom einen zum anderen gibt. Es gibt genügend Unternehmen, wo wir das wirklich auch genauso ablesen konnten und erkennen konnten. Und was steckt da dahinter? Das ist die Angst. Die Angst, dass das Leben plötzlich eine Ausnahme macht. Bei mir. Weil es gerade so ein bisschen komisch ist. Ich habe hier was hingebracht. Um das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. Ich darf mich gerade Sie bitten und Sie vielleicht auch noch, dass Sie das halten. Vielleicht löst jemand für Sie die Idee. Aber bitte nicht auf der Boden. Nee. Nee. Stellen Sie sich vor, diese Idee hatte ich auch schon. Sie waren so. Das war die Angst, die Sprache. Die Angst. So. Wie läuft diese Geschichte mit Energie und Materie? In vier Schritten läuft die ab. Und zwar jetzt zunächst mal darum, dass wir schauen müssen, welche Kraft kommt eigentlich zum Wirken. Also es ist der energetische Tag. Ich habe jetzt hier Wasser und ich möchte jetzt hier hinten einen Teich machen. Nicht auf dem Boden. Genau. Dafür gibt es schon ein Gefäß. Und wenn ich jetzt dieses Wasser, kann ich jetzt gerade hier reintun, aber ich muss mir überlegen, welche Form, welche Rahmenbedingungen sind denn geeignet, damit ich dieses Wasser transportieren kann? Das ist eine Überlegung, die ich jedes Mal habe. Auch wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, ich habe Musterkraft und ich muss mir überlegen, wie übertrage ich diese Kraft auf das Fahrrad, also auf die Pedale. Und dann muss es natürlich auch noch fließen. Also ich hoffe, dass es alles hält. Das sind alles verängstigt. Ich spüre das. Jetzt muss das natürlich auch fließen, damit am Ende sich was materialisieren kann und rauskommt. Ja? Da läuft man nicht viel. Das ist reines Wasser. Lösen Sie mal den Stöpsel, aber schauen Sie, dass es wirklich hier reingeht. Genau. So, so dass alles sehen. Jetzt läuft das Wasser hier rein. Das, was sich hier reingegossen hat, war reines Wasser. Wasser, was aber jetzt hier rauskommt, ist auch reines Wasser, aber in einer anderen Qualität. Weil hier in dem Teich kann ich jetzt baden, kann ich jetzt schwimmen. Davor war es einfach nur Wasser. Okay? Geben Sie mir das gleich. Ich mache das schon. Die Angst geht um und schon kann man sie materialisieren. So schnell geht es. Beispiel. Ein Gedanke sagt schon, ist es. Und unter Druck, nicht auf dem Boden da. Genau. So. Jetzt vertrauen wir drauf, dass ich dieses Loch nicht bringe. Unbedingt. Jetzt aber wirklich. Denken Sie fort, es ist ein Unternehmen. Der Unternehmer hat gegründet. Er hat eine Idee, die reine Energie, die reine Idee. Er setzt es um, überlegt sich, hm, ich möchte eine Bäckerei. Super. Ich kaufe ein Haus. Ich kaufe einen Backofen. Dann tut er was. Er bewegt sich. Also er nimmt den Teig, macht es, backt und am Ende kommen Brötchen raus. Jetzt kommt der erste Mitarbeiter dazu. Der ist noch ziemlich ähnlich. Und dieser kommt jetzt auch rein in die Bäckerei. Ist auch flüssig, aber ein bisschen anders flüssig. Nämlich rotflüssig. Was kommt jetzt wohl hinten raus? Ja, auch Brötchen, aber vielleicht hat der, ist es ein Schwab und der sagt Brezeln. Wir brauchen unbedingt Brezeln, dann mag der Brezeln. Sollen Sie gerne aufmachen und das hier reinlassen? Vorsichtig. Schwarzdruck da. Das Ergebnis hinten in unserem Teich, das Ergebnis in unserer Auslage ist ein anderes, weil hier eine Mischung. Neue dazu kam. Es ist eine Mischung. Bestenfalls eine Ergänzung, 1 plus 1 gleich 3. So, jetzt kommt aber einer und der ist völlig quer. Der passt eigentlich gar nicht in das Unternehmen rein. Dann macht man es passend. Kriegt man schon drüber. Im Hauch, in den Buschern. Genau. Dann machen wir es passend. So, aber das Ergebnis wird immer anders sein. Und warum? Weil alles, was Energie ist, wird zu Materie. Und solange sich diese Erde hier dreht, können wir dieses Gesetz nicht ausschalten. Das heißt, ob die Mitarbeiter motiviert sind, ob die Mitarbeiter Ängste haben, ob die Mitarbeiter sich mit dem Betrieb identifizieren, ob sie Freude dabei haben, das hängt alles miteinander zusammen. Und am Ergebnis hier außen ist immer sichtbar, was hier los war. Immer. Auch wenn wir es nicht immer wahrnehmen. Aber es ist da. Vielen Dank zunächst dafür. Tut es wieder weg. Ich bin noch nicht. Nee, das ist immer auch nicht. Und vielleicht tun wir das mit den anderen hier in der Hand. Da ist nichts mehr passiert. So. Und was erleben wir jetzt momentan? Jetzt komme ich auch zum Schluss. Was erleben wir momentan? Wir erleben momentan sehr große Veränderungen in unserer Welt. Wir wissen, es gibt energetische Veränderungen. Wir wissen, auch was die, dass andere Energien hier auf diesem Planeten kommen. Ich möchte das gar nicht im Einzelnen ausführen, da können wir jetzt eine Woche lang drüber sprechen. Es kommen andere Energien an. Was passiert jetzt mit uns? Ja, das ist doch klar. Irgendwas wird passieren. Auch materiell wird es passieren. Wenn jeder Stift und jede Bionade so eine große Auswirkung hat, ja wie soll dann unser Leib, unsere Betriebe, unsere handfesten Dinge, die wir haben, unverändert bleiben? Das ist ja völlig utopisch. Und genau das erleben wir gerade. Und ich habe den Eindruck, dass viele darauf nicht vorbereitet sind. Sie glauben, dass alles so bleibt und erleben aber genau das Gegenteil. Das, was ihnen im Außen Sicherheit gab, meine Familie war immer so, wie sie halt immer war. Konnte ich mich drauf verlassen, ich kam heim und dann war die Familie da. Was ist, wenn sie plötzlich nicht mehr da ist? Partner ausgezogen, sagt, kein Bock mehr. Mein Job ist sicher. Jetzt habe ich mich so hochgearbeitet, das ist sicher, gute Auftragslage ist sicher. Was ist, wenn plötzlich einer kommt, der Chef und sagt, Sie, Autobranche, momentaner Boden, wir brauchen neue Akzente, das heißt neue Köpfe, ab morgen sind sie hier nicht mehr, sie haben eine Viertelstunde Zeit, ihren Schrappfisch zu räumen. Alles erlebt, in meinem nächsten Umfeld. Was ist, wenn plötzlich der Körper sich verändert und man weiß gar nicht warum? Keine Ärzte finden irgendwas. Oder was ist, wenn plötzlich da ein Virus kommt? Was passiert da? Es ist nicht aus meiner Sicht der Virus, der uns umdringt, Sondern die Angst davor. Die Angst, diese Haltegriffe im Außen zu erleben. Und dafür brauchen wir Antworten, dafür brauchen wir Konzepte. Und dafür brauchen wir vor allem Vertrauen. Vertrauen wieder ins Leben. Dass die Dinge von allein sich ordnen und letztlich auch heilen können. Ich ganz persönlich habe letztes Jahr, das ist jetzt fast genau ein Jahr her, am 13. März ein derartiges Erlebnis gehabt. Ich war bei einer Sitzung von einem Netzwerk, hatte dort eine Präsentation und ich merkte bei dieser Präsentation irgendwie, es war mir so heiß und wusste nichts, habe irgendwie so ein bisschen langsam und verzögert gesprochen. Ich war froh, als dann diese Sitzung vorbei war, bin dann wieder zurückgefahren nach Konstanz. Dann kam eine Freundin vorbei, die war Ärztin, die sah mich, hat mich sofort eingeladen und vor der Notaufnahme bin ich dann zusammengebrochen. Das ist jetzt eine persönliche Geschichte, die ich jetzt nicht allzu häufig erzähle, aber ich finde gerade in Tagen wie diesen tut es vielleicht mal ganz gut, zu erzählen, dass plötzlich Dinge sich komplett verändern können. Es war Verdacht auf Herzinfarkt, letztlich war es dann ein Burnout. Bis dahin wusste ich gar nicht, was Burnout ist. Da dachte ich, naja, die Leute sollen sich nicht so anstellen. Das ist ein bisschen überlastet. Das soll ja mein Leben haben. Wir wissen, was Überlastung bedeutet. Ne, so spreche ich jetzt nicht mehr. Aber es hat sich plötzlich alles verändert. Und dann die Angst. Jeder Anruf war schon zu viel. Jedes Wort, jeder Blick, dann noch ein Kunde, Großauftrag verloren. Also wenn es dann losgeht, dann geht ja alles los. Beziehung ging in die Brüche und und und. Ich will jetzt nicht mal eine Leidensgeschichte hier erzählen. Aber was mir klar wird, in dem Moment dachte ich mir, ja und jetzt? Wo geht es hin? Und da ist nichts. Ja, hast du ja Auszeichnungen gerade bekommen, was weiß ich, Top-Trainer bleiben. Hast jetzt ein Unternehmen 27 Jahre hier, hast du jetzt irgendwo einen tollen PR-Artikel. Das ist alles nichts mehr wert. Plötzlich geht es nur noch darum, was will eigentlich ich? Was ist in mir und was liegt mir am Herzen? Und ich habe festgestellt, diese Frage habe ich lange Zeit mir gar nicht mehr gestellt. Ich wusste gar nicht mehr, was mir am Herzen liegt. Ich habe nur noch funktioniert und habe nur noch geschaut, was wollen andere von mir und das habe ich erfüllt, damit ich meine Ruhe hatte und die nicht nochmal kommen. Aber was ich wirklich wollte, das wusste ich nicht. Und das ist genau diese Sofwirkung, von der Sie vorher dann auch sprachen, wie ich es wahrgenommen habe. Weil durchaus ein Szenario war, ich mache das Unternehmen mit acht Mitarbeitern jetzt einfach zu. Ich habe keine Lust mehr, aufzustehen und irgendwas zu machen. Dass ich jetzt heute hier stehe, wissen Sie, ich habe mich dann doch anders entschieden. Aber warum? Weil ich merkte, es gibt da etwas, es gibt einen Grund und es gibt einen Sinn, dass ich hier bin und dass ich auch hier stehe. Und es gibt eine Message und eine Botschaft, die ich in die Welt tragen soll, laut und deutlich. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie für sich gerade in diesen sehr wandelnden Zeiten erkennen, warum bin ich hier. Weil die Antwort auf diese Frage der einzige Anker sein wird, der Sie im Leben hält. Wenn drumherum sich alles verändert. in diesem Sinne bleiben Sie lebendig und weitergeht alles Gute. Vielen Dank. Applaus